Hallo zusammen, heute geht unsere Übersicht weiter und heute wollte ich Ihnen zeigen die zwei Warengruppen vom Sortiment von Firma Life Orange. Das ist die fertigen Karpfenvorfächer, fertige Karpfenvorfächer und auch die Haken von Firma Life Orange. Also die fertige Karpfenvorfächer haben wir für Karpfenangeln und für Methodfischung. Für Methodfischung ist fünf Stück pro Packung und für Karpfischung, drei Stück pro Packung. Das Sortiment von Karpfen HRX hat drei verschiedene Varianten von Haken mit verschiedenen Hakenkurven und auch hat verschiedene Hakengröße und verschiedene Tragkräfte. Also jede von Art hat drei verschiedene Hakengröße und zwar vier, sechs und acht und abhängig von Hakengröße hat auch Tragkraut. Bei achter Hakengröße 15 Lips, bei sechster Hakengröße 20 Lips und bei vierter Hakengröße 25 Lips. Länge von diesen Vorfächern, das ist 14 cm, also absolute Handarbeit wie andere Produkte von Life Orange, sehr präzise Bearbeitung und sehr, sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Können Sie sicher diese Produkte kaufen und nutzen in Ihren Angeln. Weiter die gleich wie H-Vorfächer für Karpfischung haben wir auch die Method-Vorfächer mit bisschen kleinere Hakengrößen. Auch drei Varianten von verschiedenen Haken und jede Art von Haken hat die Hakengröße 8, 10 und 12 und jede von dieser Art hat gleiche Tragkraft 15 Lips. Auch nutzen wir hier geflochtene Schnur mit acht Faden. Gleiche, gleiche Vorfächer nutzen wir in unserer fertigen Montage. Alle Informationen finden Sie hier. Hakengröße, die Tragkräfte, also das ist für Method. Hier finden Sie die Schema von Haken, welche Haken hat dieser Produkt. Also solche Produkte können Sie auch sicher einkaufen. Sehr schöne Aussicht und sehr gute Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis. Das war fertige H-Vorfächer. Weiter kann ich Ihnen zeigen die Haken. Also generell, was kann ich sagen, kann ich sagen über Haken? Haben wir riesige Menge von verschiedenen Varianten, verschiedene Haken-Kürven für verschiedene Vorfachmaterialien. Insgesamt haben wir sieben verschiedene Varianten von Haken und fast jede von diesen sieben Varianten hat die Hakengröße ab 4 bis 18 Größe. Also fast jeden Bedarf können wir abdecken mit unserem Sortiment. Also hier hinten können Sie finden Schema von Haken. Welchen Winkel hat Haken hier? Alle Haken sind mit Widerhaken. Und haben wir im Sortiment die Haken mit PTFE-Beschichtung für besseren Korrosionsschutz. Das ist Haken, Variante 1, Karpfenhaken. Und hat dieser Bezug, diese Beschichtung mit PTFE-Beschichtung für besseren Korrosionsschutz und dafür, um diese Haken nicht zu blinken zu blinken. So ist sehr, sehr, sehr scharfe Haken, sehr scharfe Haken. Haken momentan, also keine Kraft sollen sie machen. Also momentan hackt diese Hackenspitze. Also das ist Top-Produkt für jede Angler. Und auch haben wir kleinste Haken, das ist 16. groß, haben wir auch 18. Größe. Können Sie schauen. Und ist gleich so scharf wie die Größe. Und auch haben wir außer PTFE-Beschichtung Haken. Haben wir die Haken mit Farbe Bronze. Also hat gleiche Farbe wie zum Beispiel Messing. Und ist auch sehr interessanter Haken in unserem Sortiment. Also ist extra scharf. Extra scharfe Haken. Unser Sortiment und verschiedene Dateien von diesen Haken. Für welche Materialien empfehlen wir diese eine oder andere Haken nutzen, finden Sie in unserem Katalog. Auch da können Sie anschauen, ganz unser Sortiment von Größen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte lassen Sie Ihre Kommentare unter dem Video. Das ist sehr wichtig für uns. Was gefällt Ihnen? Was gefällt nicht? Welche Video in welche Richtungen noch brauchen Sie? Welche Übersicht? Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.live-orange.com. Das ist unsere neue Webseite mit allen Bildern, mit allen detaillierten Beschreibungen mit technischen Daten von unseren Produkten finden Sie da. Live Orange, Only Positive Emotions. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.